Und da geht der nächste fliegen und das wird er gar nicht gerne sehen, der Timo Glock, der sieht nämlich, dass Bruno Senner, sein Nachfolger im iSports Team, sich da jetzt auch im Abseits befindet und das Rennen beendet. Da kommt er nicht mehr raus, da klar bitte darum, angeschoben zu werden, aber ich fürchte, den Gefallen werden Sie nicht tun, sondern sagen uns einfach, so, mal lieber Bruno, das war's, lag auf der 17. Position. So, da sehen wir auch nur den Grund, uns einfach verbremst, dieser nassen Fahrbahn, schlagartig kommt das Heck rum, am Ende der starten Sie geraten und da gibt es keine Alten mehr. Und da soll er erstmal Kiesbett stets, eben natürlich nichts mehr voran, nochmal aus seiner Perspektive. Tja, also die Favoriten erwischt es hier nacheinander. Meisterschaft führende Romain Grosjean, der ist noch dabei, allerdings außerhalb der Punkte Ränge, während hier das Fahrzeug von Bruno Senner jetzt am Abstandparken hängt.